So sieht die Maschine aus, die unsere Verpackungen herstellt. Wir waren bei Madica, um unsere Lockhart Wallet Verpackungen abzuholen. Da haben wir noch eine kleine Tour von der Produktion bekommen. Genau, das ist die Maschine, die die Verpackungen herstellt. Dafür werden diese Stanzbretter in die Maschine gespannt. Diese grauen Schaumstoffseile sind dafür da, dass der Karton am Schluss nicht im Stanzbrett stecken bleibt. Erst wird immer ein Bogen mit Vakuumsaugnäppen, rechts oben zu sehen, vom Stapel abgehoben und in die Maschine gezogen. Dann kann man sehen, wie das Stanzbrett auf die Kartonbögen gedruckt wird. Und am Schluss fällt dann die perfekt ausgeschnittene Form raus. Okay, jetzt die ganze Sache noch einladen und wieder ausladen und so sieht das fertige Ergebnis aus. Wunderschön wie immer.